Hallo und herzlich willkommen zurück zu Essence of Nature. So, ich hab mal kurz hier meine Night Potion geschnappt. Das Ding ist da, das Ding ist da. Das haben wir da. Wunderbar. Wir gehen mal eben kurz den Wither verprügeln und dann geht's weiter mit dem Angel Ring. Der auf jeden Fall besser ist als der von Botania, denn der von Botania verbraucht Mana beim Fliegen und der Angel Ring ist einfach nur zum Fliegen da. Was wollte ich? Ich wollte nicht ganz so tief, sonst haben wir ein Lava-Problem. Wo hatte ich nochmal die Wither gemacht? Hier irgendwo, ne? So, erstmal Prost. Ach so, irgendwie ziemlich laut. Egal, so, okay. Zuck, zuck. Und bitte, halt. Bitte lächeln. Abstand. Yeah. Stör. Dankeschön. hat der hier wieder ein Chaos gemacht. Ach, der Olle Wither, der. So ist das. Okay. Ein bisschen Licht setzen hier. Mal F7 fragen. Das weiß nämlich mehr als wir. Leid, Wishing for the win. Das ist sehr schön. So, der Rest ist mir wurscht. Wunderbar, ab nach Hause. Wir haben unser Zeugs. Hoffentlich geht das gut. Ich hab den Angel Ring zum Glück. Ich hab den erst... Ich hab den zweimal gecraftet, meine ich. Und noch nie verhauen, zum Glück. Oh, was ist hier passiert. Oh, okay. Verdammt. Da müssen wir eben einmal aufräumen. Wo ist meine Spitzhacke? Äh, Spitzhacke. Da. So, alle, hopp. Und wieder zurück, übrigens. Und frisse dies. Ähm, was wollte ich... Ach, genau. Wir haben jetzt den. Dann brauchen wir noch die entsprechenden anderen Materialien. Ähm. Der Angel Ring. So, zwei Gold Nuggets. Äh, vier Gold und zwei instabile. So, das, das, ähm... Zwei hiervon, zwei davon. Ähm, eins, zwei, drei, vier und eins, zwei. Und das ist kein Vanilla-Crofting-Tableau. Wo hab ich den hingetan? Hier hinten irgendwo, ne? Hab ich wieder... Alles. Okay. So, also. Wie mach ich's am cleversten? Ich überlege gerade. Ich hätte gerne... Das, so. Ähm. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber was soll's. So, also. Die brauch ich. Das kommt dicht. So, okay. Okay, also. Oh, mein Seer-Tool hab ich vergessen. Ach gut. Yay. Okay. Seer-Tool nicht vergessen. Und los geht's. Hui. Okay. Ist ja eigentlich kein so großes Problem. Eigentlich. Oh, jetzt hab ich hier Federn auch noch im Dingens... Das geht's doch gar nicht. So, weg mit dem Dreck. Gut. Also. Dividieren. Äh. Von zwei Eisen. So. Are you ready? Irgendwie nicht so ganz. Aber was soll's. Einfach mal loslegen. Oh, oh. Das geht schief. Nein. Das geht schief. Das geht schief. Das geht schief. Hallo? Scheiße. What? Ich bin verwirrt. Ähm. Hallo? Ja. Was war das denn jetzt bitteschön? Hallo? Das war nicht nett. Toll. Was war das denn jetzt bitteschön werden? Das war ziemlich uncool. Haben wir das nicht gemacht? Das war nervig. Wie schön. Toll. Was war das noch? Ach, das Ding hatte ich auch noch hier. Ähm. Ähm. Das und das. Das nicht. Das kommt ran. Schöne Scheiße. Ähm. Der Rest ist unwichtig. Ach, den durfte ich behalten. Okay. Ist irgendwas runtergefallen? Wahrscheinlich. Oder? Nö. Immerhin durfte ich das Ding behalten. Okay. Dann müssen wir nochmal neuen Gold und bedöse. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. 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 Wann habe ich kein Gold mehr? What the fuck? Serious? Eisen habe ich. Zwei Diamanten. Hm. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Deswegen mal gucken, ob es jetzt vielleicht will. Vielleicht war es verpackt, weil die eigentlich hätten explodieren sollen, aber ich in dem Moment das richtige Rezept gelegt habe. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es erfahren. Habe ich eigentlich meine Herzen noch? Natürlich. Ja. Ähm. Neuer Versuch, wa? Ähm. So. Als erstes dividieren wir mal wieder. So. Sollte eigentlich alles gut gehen. Ganz ruhig. Ich sagte ganz ruhig. Geht doch. Wunderbar. Ähm. Oh. Ach so. Bestimmt. Sie gelten ja schon, ohne dass man sie anlegt. Okay. Angel Ring. In das Slot. Das sind sie, die hübschen Angel Ringsies. Haben endlich Textur gekriegt. Wie hübsch. Wunderbar. Ich bin, ich bin eine elegante Elfe. Wui. Flieg, flieg. Hehe. Läuft. Ich bin gar nicht mal so langsam im Fliegen. Wahrscheinlich wegen dem Sojourners Gedingsbumse. Das kann sein. Okay. Ähm. Ach ja. Ich habe keinen Hunger mehr, weil ich hier gestorben bin. Haha. Toll. So. Ähm. Gut. Können wir jetzt mal wieder aufrollen, bitte? Ach, ey. Diese Blumen. Take this. Und this. Okay. Ähm. Als nächstes. Wo waren wir? Wir waren bei Steve's Cards. Ja, ich glaube schon. Steve. 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 Hm. Ich überlege gerade. Ja doch. Ach, was mache ich da? Keine Güte. Okay. Was nehmen wir denn? Also wir haben hier als Upgrade zur Verfügung nur, ähm, ja, Fuel-Kapazität. Hm. Fuel-Cost ist mir eigentlich extrem shit egal. Das Einzige, was mich interessiert, ist die, ähm, Assembling-Time. Ähm, denn das dauert für das Kart, das wir halt vorhaben, extrem lange. Und, äh, das ist, äh, schon, äh, ziemlich heftig. Deswegen würde ich nämlich das gerne irgendwie verhindern wollen, aber... Warte mal, ich muss mal ganz kurz in das Skalkadorien reingucken. Okay, also für... Das brauche ich... Ach so, ja, scheiße. Hm, das Problem mit dem Ding ist einfach... Wobei, ich kann ja eigentlich Essence auf Spider noch machen. Magma-Cream. Eine Schleim-Essence. Blaze-Powder haben wir so oder so. Hm. Ich würde schon gerne Galgadourien nehmen. Nur es ist halt das wirkliche Ultra-High-End-Material. Was unendlich teuer ist, wie ihr gerade gesehen habt. Die Dinger sind echt scheiß teuer. Und, äh, ja, für zwei so kleine Klumpen, auch noch einen Diamant-Block und so einen Witz. Naja, ähm, ich glaube, ich würde mit dem hier erstmal gehen, auf jeden Fall. Also, was haben wir denn hier? Blank-Upgrade-Real-Force-Metal. Ernsthaft? Das ist auch schon so ein Ding, wo man denkt, so, what the fuck? Okay, Diamant und Obsidian. Das können wir direkt mal machen. Und zwar ein paar Mal. Ähm. So. Keine so schlechte Idee, wir haben ja zum Glück da. Äh, ein gutes Subblei von Diamanten. So, das war jetzt dann durch den Ofen. Dann, ähm... War das Eisen und Tadent-Dingens. Genau, da brauchen wir dann die Dinger für. Und... Ah, schon fertig. Die Dinger. Oh. Und... Eisenbars. Ah, wieder welche, ne? So. Nur eins? What the fuck? Wie viele Klumpen kriege ich nochmal raus? Zwei, oder? Fünf. Okay. Fünf ist okay. So. Können wir mal ein bisschen aufräumen hier irgendwie? Gottchen. Ähm... Die Dinger. Und Eisen. Halt, stopp. Achso. Wir haben dafür noch kein Rest. Keine Destination für die Dinger. Okay. Dann, äh... Moment. Einmal das. Und einmal so. So, dann das Ding in, äh... Oh. Ja. In, äh... Die Schmelze schmeißen. Okay. Und die Dinger kommen erst mal... Keine Ahnung, wohin. Ah. Hier also. Habt ihr davon. Was machst du denn hier? Ich hab keine Ahnung. Okay. Sonst noch was, was weg kann? Das kann weg. Das kann weg. Das. Und... Inventar-Management ist manchmal ein bisschen schwierig. Das kann ich aber behalten eigentlich. Denn wir haben ja unsere tolle... Nicht mehr gebundene... Aber immer noch tolle... Tasche. So, das... Das, 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 das... So, zack, zack, zack. Okidoki. Ähm... Achso. Wunderbar. Dann... Upgrades. Advanced. Ähm... Einfach noch Eisen und... Das. Ein bisschen Gold. Guti, guti. Zwei hiervon. Und zack. Dann. Zack. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ähm... Das kann weg. Das kann weg. So. Okay, hier. Take this. Äh... Ah. El Emeraldus. Okay. Immer noch nicht? Achso. Ne. Halt. Stopp. Hä? Wo sind die Dinger hin? Achso, das habe ich noch gar nicht gebaut. Uhu. Clever. Was fehlt denn jetzt? Achso. Wenn ich zwei machen, war ich noch gar nicht so viele. Ha. Wunderbar. So, dann jetzt. Aber... Das. Und für das brauchen wir einen Emeraldblock. Und drei Glowstone Dust. Emeraldblock. Und... So. Schwupp. Okay, und die werden jetzt einfach an das Ding quasi dran gepappt. Und zwar... So. Einfach ran gepappt. Guten Tag. Guten Tag. Okay. Fuel Capacity ist sehr hoch und höh. Es... Achso. Stimmt. Es generiert... Es generiert auch... Äh... Ja. Fuel quasi. Das können wir mal in Ruhe generieren lassen, bis wir... Ähm... Unsere Zeugs-Sachen hier gebaut haben. Das wird auch ziemlich lange dauern, denn... Wie gesagt, ich will Galgadorian. Und da hinzukommen, das... Wird anstrengend, auf jeden Fall. Habe ich eigentlich... Wie viel Spider-Eyes habe ich denn? 16 Stück. Das ist ja mal gar nicht so viel. Äh, äh, äh. So, ich brauche... Slime-Balls und Spider-Eyes. Damit mache ich die Seeds, oder? Eher mache ich. Und die müssen wir jetzt erstmal anbauen. Ganz großes Kino hier. Ähm... So, was haben wir denn da? Einmal blau und einmal... Nochmal blau. Okay. Schwupp. Äh... Water and Ken für neue Seeds. Seed, 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 seed. Okay. Das sind die Experience und du bist das richtig gut, ne? Ja. Okay. Wachse. Wachse schneller. Dann nehme ich doch mal glatt einen Schluckschuh für meinen Kaffee. Prost. Oh, yeah. Allihopp. Vielen Dank. Hey. Habe ich zwei Dorfbewohner hier? Oder warum hat der doppelt ge... Habe ich? Macht die Hexe auch solche Geräusche? Das kann sein. Aber eigentlich nicht. Merkwürdig. Merkwürdig! Keine Ahnung. So, zack, zack. Einmal so, so, so. Und... Spidey, 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 Spidey. Und Slimey, 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 Slimey. Jawohl, ja. Okay. Ähm, was fehlt uns noch? Also, Galgadurien, Methyl, Lump of Dingenskirchen. So, Diamanten haben wir. Stabilized Dingenskirchen, Obsidian. Obsidian. Da habe ich das ganz obsidian her. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe Obsidian Seeds, das weiß ich. Das heißt, Diamanten haben wir. Obsidian haben wir. Ähm, Galgadurien, äh, hier. Nein. Ähm, am schlimmsten sind die Eis auf Galgadurien. So, wir haben Enderperlen. Wir haben Magmagedönse. Wir haben Ghast-Tiers. Sehr gut. Von daher sind wir da gut abgesichert. So, wie viel Galgadurien-Shit brauche ich denn für meine Kart-Hülle? So, wir brauchen nämlich natürlich für das Kart selbst eine Hülle. Klar, wo wir alles reinpacken können. Äh, oder dranpacken können. Und wo haben wir die denn? Das sind die normalen Hüllen. Wo ist die blöde Galgadurianische? Hull. Das ist sie nicht. Hä? Warum gibt's die hier nicht? Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Warum? Hä? Da ist sie. Da. Au, ich brauch bloß fünf Klumpen. Ach ja, und die Wiedels natürlich. Also, sieben. Sieben Klumpen und einiges an Reinforced. Okay, ich wollte schon sagen. Also, das kann ja nicht sein, dass das Ding nicht gibt. Es ist einfach nur ziemlich dunkel. So, das hat die höchste Kapazität jetzt, abgesehen von der Krayt-Hülle natürlich. Das heißt, äh, sieben Klumpen. Und acht Reinforced. Okay, okay. Das ist, das klingt doch sehr machbar. Ich würde sagen, ich kümmere mich darum, dass wir hier möglichst fix, ähm, die guten Seeds hinkriegen. Und ich würde dann sagen, ich mache noch eine neue Farm auf mit diesen Seeds. Genau, die, die wir halt brauchen für, ähm, das Seeds-Cards-Gedämmel. Weil es wird nämlich wirklich nicht wenig Material sein. Und, äh, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.